So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, vor allem legendäre Aufgabe, nämlich füge Schaden mit Urzeitwaffen zu. Ihr seht, ich habe angeblich schon 720 Schaden gemacht von 2500. Das stimmt aber nicht so ganz, denn ich habe eigentlich noch gar keinen Schaden gemacht. Denn ich gebe euch ganz einfach den Tipp, das ist halt eine Aufgabe wieder für vier Spieler. Dazu einfach in Gruppenkeile reingehen, ganz normal Gruppenkeile spielen und dann ist das ein totaler Selbstläufer, weil der Schaden zählt von der gesamten Gruppe. Nicht nur von dir alleine, sondern eben von der gesamten Gruppe. Also definitiv Gruppenkeile spielen, dann auf Auffüllen gehen, sodass ihr natürlich nicht alleine seid. Und so könnt ihr den Schaden quasi ganz entspannt zu viert sogar einfach fahren. Also ihr seht schon, ich habe jetzt 720 Schaden. Ich gucke mal gerade, ob noch gleich ein bisschen was dazu kommt, weil die Zone macht jetzt gerade zu. Ich habe nämlich eben noch probiert, die Feueraufgabe zu machen. Ob man eventuell von Gegnern irgendwas in Brand setzen muss. Aber irgendwie selbst das zählt nicht. Einige von euch haben ja schon in die Kommentare geschrieben, dass die Aufgabe wohl gerade derzeit ein bisschen verpackt ist. Ich habe auch schon bei anderen YouTubern nachgeguckt. Also die schreiben auch alle das Gleiche. In Anführungszeichen einfach Gebäude in Brand setzen. Also in Anführungszeichen sogar ein Baum zählt dafür. Also das habe ich nämlich früher auch so gemacht. Ich habe immer nur einen Baum angezündet. Und das hat sogar schon gezählt. So, das Steinhaus dürfte eigentlich nicht zählt. Ich probiere es jetzt hier nochmal. Aber es sieht eigentlich schlecht aus. Was macht er? Ich habe mir den Dings weggeholt. Wir probieren es jetzt einfach nochmal beim Gebäude. Aber wie gesagt, den Schaden, den sammelt ihr vollkommen automatisch. Also da braucht ihr rein theoretisch, braucht ihr gar nichts machen. Spielt einfach Gruppenkeile. Gruppenkeile spielt ganz normal. Macht euch da keinen Stress. Und dann läuft das Ganze auch wirklich komplett von alleine. So, ich probiere hier weiter meinen Feuerschaden zu machen. Aber gefühlt klappt hier gar nichts, was das betrifft. Ich kann hier machen, was ich will. So, ihr seht, 751 Schaden jetzt. 1,3 Schaden hat schon einer aus meinem Team gemacht. Und man muss halt wirklich nichts machen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen dadurch weiterhelfen. So bekommen wir natürlich auch noch gewisse Dinge freigeschaltet. Wenn wir die legendären Aufgaben alle fertig haben. Weil ich glaube, ich bin jetzt bei 15 von 20. Ja. Warte mal. Ihr habt es gerade gesehen. 15 von 20 gibt noch mehr extra XP. Also wenn ihr die Aufgaben davor alle gemacht habt, bekommt ihr da auch noch mal extra XP. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich bleibe da noch ein bisschen hier drin. Und euch noch viel Spaß beim Leveln. Und haut rein. Und natürlich gerne auch ein Like da lassen. Gerne ein Abo da lassen. Aber jetzt haut rein.